So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir einmal am Golf 5 die Bremse hinten erneuern. Und zwar nicht nur die Bremsscheiben und Belege, auch die Sättel. Denn das ist irgendwie eine Krankheit bei der Modellgeneration, dass die Bremssättel oftmals festsitzen nach einer bestimmten Zeit. Das habe ich hier nämlich schon festgestellt. Das hört sich auch alles ganz komisch an. Die Bremse ist sowieso runter, aber der Bremssattel ist auch fest. Daher habe ich direkt mal zwei neue Bremssättel bestellt. Die sind nicht teuer, die Dinger. Wie gesagt, heute zeige ich euch mal anhand einer Seite, wie das Ganze funktioniert. Beachtet bitte, dass nach so einem Tausch von einem Bremssattel auf jeden Fall die Bremsanlage entlüftet werden muss. Das heißt, wir müssen nach der ganzen Prozedur einmal rund um die Bremsflüssigkeit erneuern, da wir natürlich viel Luft im System haben werden. Und wir dann natürlich das Problem hätten, dass wir kaum bis gar keine Bremswirkung dann auch haben. Also wie gesagt, achtet darauf, nach dem Bremssatteltausch auf jeden Fall die Bremsflüssigkeit zu wechseln. So wie man hier schon hören kann, hört sich das alles schon mal nicht so ganz gesund an. Deswegen schauen wir einfach mal, was uns da drunter erwartet. So, mal gucken. So, hier ist auch mal der Nuss. Zack. Voller Power. So, Rad ab. Und einmal zur Seite. Also hier kann man schon ziemlich gut sehen, Bremsbelach ist runter, definitiv. Das wird von der anderen Seite wahrscheinlich nicht besser aussehen. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Und zwar müssen wir nämlich hier hinten, das ist eine 13er Schraube, die müssen wir oben und unten lösen. Wir müssen vor dem Sattel, also vor dem Träger hier, müssen wir einmal kontern mit einer 15er ist das, glaube ich. Weil sich sonst der ganze Bolzen, der hier im Träger mit drin sitzt, mitlösen, also mitdrehen würde auch. So, und zwar müssen wir die Schlüssel so anordnen. Wie gesagt, hier hinten der 13er, hier vorne der 15er. Und wir müssen dann, oh, ist aber verrutscht. Und dann gilt es hier einmal die ganze Geschichte zu lösen. So, haben wir das gelöst, können wir die Schraube hier einmal so rausnehmen. Die kleine hier. Und die schmeißen wir auch direkt weg, denn beim Bremssattel ist nämlich eine neue Schraube auf jeden Fall dabei. Das gleiche machen wir einmal von unten auch, dann ist der Bremssattel los und dann können wir den erstmal beiseite legen. So, dann müssen wir einmal das Bremsseil lösen. Das ist einmal hier die Klammer. Die müssen wir einmal abmachen. Und einmal den Bremszug hier einmal raushebeln. Dafür drücken wir das Teil hier einmal nach vorne. Und schieben das Bremssattel hier unten einmal raus. Dann hängt das hier auch frei. Jetzt hängt der Bremssattel nur noch an dem Bremsschlauch hier. Den machen wir aber zuletzt ab, weil da läuft uns dann nämlich sonst die ganze Bremsflüssigkeit raus. Das wollen wir ja nicht, dass es uns hier alles voll tropft. Deswegen machen wir das zum Schluss und machen den Bremssattel erstmal vom Bremssattelträger ab. Dafür hebeln wir den einfach mal hier so weg. So, dann ist der auch schon runter. Man sieht hier auch schon ganz gut, der ist komplett ausgefahren. Also wirklich schon eigentlich auf Maximum. Legen den jetzt erstmal so zur Seite. Dann nehmen wir uns mal hier die Bremsbeläger. Ach, der zerlegt sich hier sogar schon. Schmeißen wir mal an die Seite. Dann hebeln wir den Bremsbelag hier mal raus. Wie ihr da sehen könnt, der ist soweit defekt. Der ist auch ziemlich weit runtergefahren schon. Also das ist absolute Grenze schon. Die gleiche Geschichte hinten. Schaut euch das mal an. Also das ist... Das ist der Ultrahammer auf jeden Fall. Also hier ist der Bremsbelag so weit runtergefahren, dass er nur noch auf dem Trägerblech gebremst hat. Das ist natürlich... Boah! Wie das aussieht, ey! Das ist echt der Hammer. Ich will gar nicht wissen, wie die Bremsscheibe aussieht. Aber die machen wir jetzt mal ab und schauen uns das mal an. Also das ist hier echt... Ja, eigentlich Katastrophe. So, Bremsscheibe ab. Das heißt hier einmal die Schraube lösen. Ein paar leichten Hammerschlägen. Das ist richtig heftig. Also sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also das ist... Also ich würde sagen, der kommt nicht mehr durch den TÜV. Aber das ist absoluter... Also es ist wirklich nur noch Metall auf Metall. Das ist extrem riefig. Also da haben wir Riefen von fast einem Millimeter drin. Man sieht auch hier die Kante. Also nee, also die weg. Weg, 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 weg. Weit weg. In dem Fall müssen wir jetzt den Bremssattelträger auch nicht abmachen. Weil die Bremsscheibe ja so gut da drum rum geflutscht ist. Weil die so gut da drum rum geflutscht ist, die Bremsscheibe. Deswegen lassen wir den drin. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Bremssattel hier. Das ist der Bremssattel. Wir ziehen hier einmal... Also einmal muss hier dieses... Also der Bremszug muss einmal hier rausgezogen werden noch. Da blockiert das noch ein bisschen. So, dann hängt der jetzt hier komplett frei. Wir nehmen uns jetzt einmal den neuen Bremssattel, um hier einmal zu vergleichen. Ob das soweit alles gleich aussieht. Aber so wie ich sehen kann, so wie ich das alles erkennen kann, sieht das alles ziemlich gut aus. Da würde ich sagen, ja, legen wir einfach mal los. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Diese Mutter müssen wir lösen. Das ist so eine Überwurfmutter, die die Bremsleitung gegen den Bremssattel halt fixiert. Die Klammer muss hier einmal raus. Weil wir dann die ganze Bremsleitung hier einmal durchziehen werden und dann in den neuen Sattel einmal einfädeln. So, zum Lösen nehme ich mir hier einen 11er Bremsleitungsschlüssel. Also nutzt am besten auch wirklich so einen Bremsleitungsschlüssel, weil im Gegensatz zu einem normalen Mausschlüssel greift der auf mehreren Punkten. Und dadurch besteht nicht die Gefahr, dass wir die ganze Mutter hier rund drehen. Und hier einmal dann lösen. So, der ist auch ganz los. Sehr gut. Legt euch irgendwie ein Gefäß auch drunter, falls da irgendwie Bremsflüssigkeit austreten sollte. Also nicht falls, sondern es wird definitiv Bremsflüssigkeit auslaufen. So, die Leitung ist gelöst und hier läuft jetzt auch schon die erste Bremsflüssigkeit raus. Okay, ich sehe gerade, wir kriegen den hier jetzt nicht hier rüber, weil die Leitung zu weit nach unten geht. Das heißt, hier müssen wir auch einmal lösen. Dafür drehe ich die Mutter jetzt erstmal wieder ein bisschen rein. Und löse dann halt hier noch einmal. Zack. Jetzt bin ich auch schon per Hand hier abgedreht. Sehr gut. So, habe ich die Leitung in der Hand und kann dann die Bremsleitung hier rausnehmen. Aber da kommt sogar nichts raus. Also nicht wirklich viel. Das ist schon mal gut. Deswegen können wir jetzt die neue Leitung hier, also den neuen Bremssattel, hier so einmal reinsetzen. Einmal die Klammer direkt schon mal draufsetzen wieder, damit uns der Schlauch hier nicht abhaut. So. So, dann nehmen wir uns unsere Leitung, achten natürlich darauf, dass da kein Dreck drin ist oder so. Dann setzen die hier jetzt wieder an. Schön parallel zueinander. Und ziehen unsere beiden Leitungen dann wieder mit dem Bremsleitungsschlüssel an. So, wenn alles fest ist, ist alles gut. Nur mal nachziehen zur Sicherheit. So. Alles fest. Dann kann es auch weitergehen. Wir können den Bremszug wieder einfädeln. Das heißt hier das Gerät. Einmal hier wieder durchschieben. Die Tülle komplett mit durchziehen auch. Und dann hier unten einhängen. Und damit haben wir den Bremssattel auf jeden Fall schon mal wieder drin. Jetzt reinigen wir jetzt einmal noch hier die Auflageflächen am Bremssattelträger. Alles kurz hier sauber machen schön. Oben das Gleiche. Und dann ziehen wir uns hier die Bolzen einmal raus. So sehen die aus. Die kommen auf jeden Fall einmal neu. Die sind in dem Set mit enthalten. Den oberen auch noch einmal. So. So und das sieht nämlich dann so aus. Den Bolzen schmieren wir hier einmal mit ein bisschen Fett ein. Und stülpen dann diese Gummimuffe drüber. Die kommt dann natürlich wieder hier so drauf. Und hier einmal so drüber. Und dann führen wir die beiden Dinger wieder hier hinten ein. Setzen dann die Bremsscheibe drauf. Die Bremsbeläge. Und montieren dann den Sattel. So Bolzen hier hinten wieder einführen. Alles festdrücken. Aber da kommt schon das Fett ein bisschen raus. Das überschüssige Fett machen wir natürlich gleich einmal weg. So. Und dann ist hier alles schon mal wieder fest auf jeden Fall. So und dann setzen wir den Bolzen hier unten wieder rein. Gucken, dass die Gummitülle auch hier über die, also über den Rand geht. Damit die halt nicht wegrutscht. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt mal weiter. So, wir nehmen unsere neue Scheibe. Setzen die hier wieder rein. Gucken, wo die, das hätte ich natürlich vorher gucken sollen. Drehen wir uns das hier mal nach oben. Hier ist das Loch für die Sicherung. Schrauben wir unsere kleine Schraube hier wieder rein. So, und dann einmal hier wieder alles festmachen. Zack. So. Alles drauf, alles super. So, dann nehmen wir unsere Bremsbeläge. Die haben hier hinten einen Klebestreifen. Den müssen wir gleich abziehen. Die hier wieder reinsetzen und dann den Sattel wieder drüber ziehen. Und dann kleben sich die, ja, die Beläge halt an den Sattel so ein bisschen. Wie gesagt, vorher einmal hier noch kurz an den Ecken, an den Gleitstellen ein bisschen Bremsenservice-Paste drauf. Und dann ist auch gut. So, dann nehmen wir unseren Sattel. Sitzen den hier einmal wieder drüber. Gucken, dass er hier an den beiden Führungen vorbeikommt. Und schrauben dann die beiden Schrauben wieder rein. Also, wie gesagt, da auf jeden Fall neue. Gerade gesehen, bei den Bremsbelägen waren auch neue Schrauben dabei. Ich nehme jetzt einfach die, die bei den Sätteln mit dabei waren. So, einmal fixieren. Jetzt sieht man hier schon, dass sich das alles ein bisschen mitdreht. Das ist klar, wir müssen hier jetzt einmal wieder gegenhalten. Ich versuche jetzt erstmal noch hier unten die eine rein zu machen. So, wie gesagt, unten auch noch einmal festziehen. Und dann sind wir hier mit der Geschichte durch. So, wir sind fertig. Also, das ist alles super. Aber, wie gesagt, einmal noch Bremsschlüssigkeit entlüften auf jeden Fall. Vorher mal die Bremse mit dem Bremspedal auf Druck pumpen kurz. Dann stellt sich auch das Bremsseil auf jeden Fall nach. Wie gesagt, jetzt habe ich hier gesehen. Die Klammer natürlich nicht vergessen. Die muss hier wieder drauf. So. Und das Ganze auch hier schön fest ist. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.